Du musst den Mut haben. Wenn du wirklich einen Freund hast, musst du den Mut haben, dich bei deinem Freund unbeliebt zu machen und trotzdem liebevoll und okay mit diesem umgehen. Nur weil du versuchst, bei Leuten beliebt zu sein, sieh nur, wie viele Dummheiten du mit deinem Leben machst. Nur beim Versuch, um dich herum etwas Annehmlichkeit zu bewahren, schau, wie viel Unstimmigkeit du in dir selbst vergraben hast. Wenn du Unstimmigkeit vergräbst, wenn du Saat für Unstimmigkeit in den Boden pflanzt, wirst du Früchte für Unstimmigkeit ernten oder nicht? Je mehr und mehr Unstimmigkeit du in dir selbst begräbst, desto mehr wirst du entsprechende Früchte ernten. Derzeit sind deine Freundschaften alle auf Übereinstimmungen aufgebaut, Neigungen und Abneigungen. Ihr seid wie Äpfel und Birnen und könnt dennoch gute Freunde sein. Wenn du ein Freund für jemanden bist, musst du nicht darum nörgeln, was an ihm oder ihr nicht stimmt, darum geht es nicht. Aber gleichzeitig musst du den Mut haben, dich bei Leuten unbeliebt zu machen. Ein wahrer Freund ist jemand, der den Mut hat, dir zu sagen, wie bescheuert du manchmal bist und trotzdem liebevoll und nett zu dir ist, oder? Bis zum nächsten Mal.